Nur wenn du nicht lange Golf spielst, wenn du nicht sehr oft in deinem Leben einen Golfschläger in deiner Hand hattest und wenn du Schwierigkeiten hast mit der Richtung, du schlägst ihr nach rechts oder nach links, du slicest ihr den Ball als Rechtshänder oder du hookst den Ball, dann habe ich wirklich einen tollen Tipp für dich. Es hat mit dem Griff zu tun, es ist einfach, es wirkt, es wirkt sehr, sehr schnell. Und folgendes bitte tun, damit du gerade schlagen kannst. Wenn du eine Spielerin bist mit einer Rechts-Tendenz, deine Bälle slicen, die starten nach rechts oder die machen auch eine Kurve nach rechts, dann folgendes tun. Es gibt so einen kleinen Satz, den ich immer meinen Schülern sagen und das möchte ich dir auch jetzt sagen. Du musst immer deine Hände beim Greifen in die Richtung drehen, in der du es nicht möchtest, dass der Ball fliegt. Okay, so deine Tendenz ist nach da, nach rechts. Das bedeutet, dass du Folgendes tun musst. Den normalen Stand einnehmen, greif bitte den Schläger so wie du den immer greifen würdest, aber dann dreh beide Hände nach rechts. Das wird wahrscheinlich sein, dass du dann den Schläger mir in den Fingern hast. Das ist super. Aus Slicer möchte man unbedingt den Schläger mir in den Fingern haben und nicht in der Handfläche. So, jetzt hast du einen starken Griff und der ist toll für dich, weil es ist sehr schwer, die Schlagfläche zu öffnen, dass die Schlagfläche nach rechts zeigt. Es ist viel einfacher, jetzt die Arme zu rotieren. Warum? Weil die Hände so weit nach rechts gedreht sind, dann kann ich mir rotieren. Es ist wichtig, bitte, dass du das nicht zu sehr übertreibst, weil man kann ja zu sehr Spannung im Arm haben und es kann im Ellbogen und am Unterarm wehtun. So, bitte pass auf. So, mit diesem starken Griff wirst du jetzt, ich hoffe, dass du den Schwung richtig startest, auf der richtigen Ebene, aber du wirst dann viel mehr Rotation durch den Ball spüren und du wirst sofort einen anderen Ball sehen. Dein Ball wird entweder gerade fliegen oder nach links. Und wenn der Ball nach links fliegt, ist das eigentlich eine ganz gute Sache, weil die Chancen dann groß sind, dass du mir von innen nach außen schwingen wirst, um diesen Linksball zu vermeiden. So, bitte nicht traurig sein, wenn nach diesem Video deine Bälle nach links fliegen. Das ist der nächste Schritt zum richtig guten Golf und lange, längere und flachere Bälle zu schlagen. So, jetzt möchte ich meine Formel für Golfer, die nach links spielen, also für Golfer, die hucken, einsetzen. Du solltest bitte auch den Stand einnehmen und deinen normalen Griff verwenden. So, dein Griff wird wahrscheinlich so aussehen, du hast wahrscheinlich einen ziemlich starken Griff. Und du musst dir jetzt merken, meine Bälle fliegen nach links. Ich möchte nicht, dass die nach links fliegen, also ich muss meine Hände nach links drehen. Und wenn ich das tue, habe ich einen schwächeren Griff. Der Schläger liegt wahrscheinlich mehr in der Handfläche, das ist gut für dich, aber es ist schlecht für Schleißer. Und jetzt, wenn du schwingst, ist es sehr, sehr schwierig, den Schläger zuzumachen, zu schließen. Es ist leichter, den Schläger etwas offen zu halten. Es klingt verrückt, aber offen halten ist für dich eine ganz gute Sache. So, wenn du jetzt Probeschwinge machst, wirst du sofort merken, mit diesem Griff, dass die Hände im Bereich des Treffens viel ruhiger sind. Und ruhigere Hände und weniger Rotation ist für Hooker eine ganz gute Sache. Ich muss aber sagen, dass wenn du deinen Griff schwächer machst, wenn du die Hände nach links drehst, wird das Gefühl ganz, ganz merkwürdig und fremd sich anfühlen. Aber zum Glück hast du nicht so lange Golf gespielt und ich denke, du wirst es nach ein, zwei Wochen, du wirst dich daran gewöhnen. Hauptsache, du übst das sehr viel. So, sehr entscheidende Punkte, die helfen sehr schnell. Dann würde es zugucken, wenn du dieses Video gemocht hast, bitte gib mir einen Daumen hoch. Und falls du Freunde hast, die von diesem Video profitieren können, bitte teile dieses Video mit ihnen. Ich danke dir und bis sehr bald.